Hi, mein Name ist Christina Jagler. Ich bin Apothekerin und habe vor ein paar Jahren das Unternehmen Dr. Jagler gegründet, um hochprozentige, aber auch nicht-alkoholische Kräuterspilletuosen, die ihren Ursprung in unserer Familie in Apotheke haben, auch außerhalb von Apotheken verkaufen zu können, wie bei Encore Store. Aktuell sind unsere absoluten Topseller unsere zwei alkoholfreien Aperitive, einmal der Herber Hibiskus und Sunny Mellow. Und ja, der Herber Hibiskus, das war die erste alkoholfreie Alternative zu Aperol. Damit kann man so einen tollen Aperol-Spritz oder einen Hibiskus-Spritz machen. Und Sunny Mellow, den haben wir jetzt erst dieses Jahr gelauncht und ist die erste alkoholfreie Alternative zum Limoncello. Bei Encore Store haben wir uns 2021 angemeldet und arbeiten seitdem sehr erfolgreich und konsequent mit Encore Store zusammen. Unsere Erfolge bei Encore Store war, dass wir viele Neukunden gewonnen haben über Encore Store, insbesondere internationale Neukunden. Also wir haben auf einmal Bars und auch Restaurants und eben Läden, vor allem aus Frankreich, dazu gewonnen. Das Empfehlungsangebot nutzen wir sehr stark. Wir sind sehr oft auf Messen vertreten und gerade Kunden, die uns das erste Mal kennenlernen und auch erst mal mit der Marke vertraut werden wollen, die nehmen das Angebot von Encore Store sehr gerne an und lernen dadurch eben erst mal unser Sortiment kennen und bestellen dann im zweiten Schritt größere Menge bei Encore Store. Was wir bei Encore Store aktiv nutzen, ist die tolle Newsletter-Aktion. Über die Newsletter von Encore Store können wir gut über neue Rabatte, über Neuheiten und gezielt an verschiedene Zielgruppen versenden. Und ich finde, das ist ein super Tool bei Encore Store. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017